So, hi Leute. Willkommen zurück zur mittlerweile achten Folge des Projekts Faro 2. Und wir sind ja, wie ihr wisst, immer noch im Nether und haben dort spannende Abenteuer erlebt und gute Sachen gefarmt. Und ich würde sagen, wir gehen wieder drauf, Lars, oder? Ja. Okay, und hier hat sich irgend so ein Shit geöffnet. Nein, ich bin auf Gomme gesprungen, ich bin auf Gomme gegangen. Du bist auf Gomme gegangen, bei mir hat sich irgend so ein Fenster geöffnet. Nein, Luke Filewalker, das ist so ein Avira-Shit. Nee, ich gehe jetzt einfach drauf. Ja, ich muss noch kurz von Gomme runter. Ach, da ist Jens on. Jens ist auf Gomme, wollte dich einladen. Ja. Ich hoffe mal, das zieht jetzt nicht zu viel Internet. Dieses Luke Filewalker, ja, beende das doch. Ich mag das nicht. Keiner mag das. Okay, es ist weg. Okay, bei mir ist Lars. Das war witzig, ich habe da hingeschaut, da war was weißes und habe gleichzeitig ein Gastgeräusch gehört. Deswegen wollte ich erst sagen, bei mir ist ein Garst, aber dann war es doch nur Lars. Ein Lars, der ist noch viel gefährlicher als so ein Garst. Ja. Richtig gefährlich bist du. Sogar die Wither-Skeletter haben vor dir Angst. Okay. Ja, aber du hast ja mit was getötet, ne? Ja. Kannst du mir jetzt mal schnell die Lohnrute geben? Dann mache ich das und dann mache ich auch gute Schwerter gleich. Dann hast du es doch nachts. Ja, oder wollen wir wieder... Ja, und ich wollte meine Schwerter verzaubern auch gleich. Dann mache ich das halt alles im Kollektiv. Ja, dann muss ich mir das... Das ist halt die Koordinaten. Dann mache ich mir das Zeug... Ja, dann müssen wir kündigst nicht rausgehen, Christian. Ja, dann halt nicht. Aber wir sollten gegen Ende, sollten wir dort hinkommen. Ja. Kannst du mir den Zaubertisch mal geben und den Amboss auch? Ja, rausgehen tun wir eh noch nicht sofort, weil ich meine, wir sind jetzt hier noch sehr weit weg. Vielleicht, ich würde schon rausgehen. Also, wir sind 400 Blöcke, aber ich ziehe 450... Ne, 400 nur. Nicht mehr so viele Sticks fällt mir gerade auf. Ich mache mal drei Schwerter. Ja, du kannst jetzt mal Pfeile machen, Christian. Achso, ja, das mache ich auch gleich. Schärfe... Ich habe Haltbarkeit und Schärfe drauf. Schärfe 2 kann ich instant kriegen. Ja. Jetzt kann ich kombinieren... Warte, jetzt muss ich noch mal ein Schwert verzaubern. Wo ist noch eins? Ne. Hä, habe ich nur zwei gemacht? Ah, ne, da ist es, ich sehe es. Jetzt habe ich schon 24 Level. Ah, gerade konnte ich Rückstoß nehmen. Ich weiß nicht, ob Rückstoß auch schlau gewesen wäre. Was ist das für ein Ding? Das weiß ich gerade leider selber nicht. Die meine, die meine, weil wir müssen noch tiefer ist, äh, halt irgendwas... Scheiße, Haltbarkeit, Schärfe, das kostet viel. Haltbarkeit 2, Schärfe 2, da verschwende ich eigentlich nur Level. Ne, das mache ich mal nicht. Dann haben wir mir lieber nochmal ein neues Eisenschwert. Ja, hast recht, mit dir Schwerter wäre das die reinste Hölle. Ja, wir müssen es halt wenn mit Glückwunsch machen. Ja. Schärfe 2 kombiniert. Ja, das machen die. Jetzt Schärfe 2 mit Schärfe 2. Jetzt schreiben die dafür eine Scheiße hin, ne? Okay, jetzt habe ich einmal Schärfe 3. Was, zweimal Schärfe 3? Einmal Schärfe 3. Einmal nur. Jetzt brauche ich es noch einmal. Aber ich habe nicht mehr Eisen. Kannst du mir Eisen geben? Ah, ich habe ganz viel Eisen als Erze. Warte, dann mache ich das hier kurz, verteile ich hier auf 2 Öfen. Und tu mal hier Kohle, hier halte. Warte, geh mal hier nach unten. Ah, hier unten waren wir schon, scheiße. Ja. Chrissi, komm dann mal wieder nach unten, ne? Ja, ja, mache ich. Mache ich mir... Habe ich jetzt das schon gemacht? Habe ich schon. Ich habe auch nicht mehr so viele Level, also es geht schon relativ schnell weg. Okay, meine Spitzack ist kaputt. Und ich kann mir keinen Neuen mehr craften. Nice, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Jetzt haben wir zum Spawn zurück. Jetzt kostet es auch 4. Ja, können wir gleich machen. Hast du irgendwo noch bei dir Quarz? Ich möchte auf jeden Fall meine Level nochmal vollständig wegbringen. Okay, jetzt habe ich fast gar kein Level mehr. Äh, nee, habe ich... Sehe ich gerade keine. Das ist schon alles hier gut abgemeint. Zack, zack. Ja, dann lass es kommen, oder? Warte, was habe ich jetzt alles für Schwerte? Haltbarkeit, Schärfe 2. Ich muss das mal sortieren. Schärfe 1. Habe ich nochmal. Schärfe 3. Schärfe 4 für Präneer 2. Haltbarkeit, Schärfe 2. Ja, es sieht schon gut aus. Es wird noch ein Level. Oder ja, 1,5. Ah, Essen halt auch keins mehr. Für Schärfe 5. Das ist ja, die Farm ist noch schnell die Level, ne? Okay. Magma-Creme brauchen wir aber wirklich nicht mehr, ne? Nee. Okay, dann schmeiße ich das nämlich weg. Dann baue ich alles ab. Weil wir können das Feuer riesig machen. Ja. Okay, das ist jetzt wirklich nur noch ein Level für Schärfe 5. Okay, deswegen dem Pfeilen. Okay, das mache ich halt noch kurz. Aber nee, ich komme jetzt mal zu dir, weil du bist schon viel weiter weggelaufen. Ja, ich bin... Siehst du mich? Nee. Sag mal kurz Koordinaten. Ähm, minus 230 und minus 317. Minus 200 oder 300, so. Achso, ja, dann bist du hier runtergelaufen. Okay, dann kann ich das wieder wegmachen. Okay, du bist irgendwo hier runter. Aber ich würde mich jetzt schon auf den Rückweg machen. Hab, ich hab jetzt Schärfe 5. Scheiße, wie komme ich denn hier gescheit runter? Bist du bei diesen... Du bist den Amboss, kacke. Ja, ich habe den Amboss. Ich sehe dich. Aber gehen wir Richtung Ausgang wieder. Ich bin jetzt hier runter. Ja, ich sehe dich. Ich bin hinter dir. Ja, ja. Ich meine, auch wenn wir... Auch wenn die da vielleicht nicht sind... Setz mal bitte Amboss. Setz mal, setz mal. Das ist riskant auf der offenen Fläche. Der Typ könnte es zerstören. Mach jetzt einfach schnell, mach jetzt schnell, mach jetzt schnell, mach jetzt schnell. Leicht beschädigt. Hast du? Okay. Ja, Chef. 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Ich brauche mal wieder essen. Hast du noch was für mich? Steak oder gebratenes Schweinefleisch? Ich hab nichts mehr. Scheiße. Okay, oh man. Warte, warte, kann ich kurz was quachen, dann kann ich kurz was machen. Okay. Ähm, so. Da unten ist der Ghast, ich hab ihn gesehen. Und Level brauche ich eigentlich auch noch. Ich kann doch nicht ohne Level aus dem Meter wieder gehen, da muss ich noch einiges wollen. Ja, hab auch nur Level. Ja, egal. Es gibt auch Mops, wir lassen da draußen. Oder wir fahren jetzt auch nochmal, ist jetzt egal. Ja, auf dem Rückweg fahren. Lass es einfach rausgehen. Ja, nimm du das ganze Essen. Okay. Ja. Bereite dich vor, dass du kämpfen kannst, ne? Ja. Stehst du gerade nur rum bei mir? Ja. Stehst du. Ja. Kappe hat mir in den Tafel direkt. Öfen raus. Hast du noch Blöcke? Das restliche Essen. Äh, ja. Nicht mehr so viele. Ich hab schon. Ich hab 16 Steaks, ne? Ich hab noch 16 Steaks, Christian. Ich hab noch 16 Steaks. Okay, dann kriegst du die Blöcke. Dann nehm ich hier alles. Nimm hier die Blöcke. Was? Ihr Bruchstamm. Christian, du bist nur nicht, deine Rüstung ist nur nicht entschattet, ne? Ja, nicht alles, ja. Aber ich kann, ich kann gerade auch nicht mehr so viel entschalten. Ja, egal, lass jetzt einfach. Das bringt jetzt auch nicht so viel Protection ein. Komm, bro. Ja, hast schon recht. Warte, ich lauf. Oh, hier ist noch so viel Quarz. Das müssen wir noch abbauen, das ist schon wichtig. Aber mit Tendenz nach rechts jetzt laufen. Wo bist du? Warte, du bist hier runter. Ich bin hier unten. Okay, ich will nicht zu viel Fallschaden mitnehmen. Wir müssen hier runter. Wir sind von da unten gekommen. Das weißt du. Also ich geh einfach mal hier runter. Echt? Weil weißt du das, dass wir es von hier unten kommt? Weil wir uns hier hochgebaut haben. Oh, zwei Herzen. Okay, dann kein Risiko jetzt mehr. Hier ist ein Marker-Fehme. Ich bleib einfach weg von dem. Okay, dann geh ich wieder hier hoch. Bisschen Soul-Send-Sprünge. Also Christ, du weißt, die Koordinaten sind 0 und 63. Also du orientierst dich da dran, weil ich kann ein Publikum-Koordinat nicht so. 0 und 63. Mach einfach 0. Lauf einfach zu 0 und 0, weil ich war 63 Flöcke circa entfernt von dem. Okay, wir müssen hier so diagonal rüber. Hier waren wir halt schon, ne? Ich würde sagen, wir laufen einfach mal straight hin. Warte, Christian, hier hier. Ja, hier, ja, hier. Ja, hier sind wir durch, genau. Bist du hier durch? Oh, über ein Loch und da ist Lava, Christian. Okay, alles klar. Hier warst du, glaube ich, ne? Bist du von hier unten? Ja, hier ist noch eine Werkbank. Hier außen lang, hier außen lang. Wo? Hier. Bist du oben? Hier, 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 hier. Hier an der Kante, ja, ich sehe dich. Okay, bloß nicht aus Versehen hinten, Lars, ne? Weil die greifen nicht sonst alle an. Das ist nicht gesund. Bald. Warte, wo lang? Äh, ja, jetzt hier nach links Tendenz. Okay, wir müssen jetzt eigentlich nur noch nach links laufen. In die Richtung, straight rüber. Nimm die Werkbänke mit. Nein, lass sie da. Eine nehme ich nicht. Okay, jetzt müssen wir hier langsam wieder anfangen, Quarze abzubauen. Ich meine, wir haben noch sechs Minuten. Ja, egal, lass trotzdem mal rausgehen. Lass dann runtergraben, schau mal. Ja. Weil, morgen kommt die Folge auch noch, wo wir am Netter sind. Vielleicht kommen die dann halt auch. Nee, morgen kommt die noch nicht. Morgen kommt noch eine andere, wo wir auf dem Weg dorthin waren. Weißt du noch? Ja, wo wir in zum Netter laufen. Ja, ja. Und die uns gesehen haben. Stimmt, da können wir jetzt was sagen. Das sagt ja hier mein Vergangenheits-Ich. Wenn ich, wenn ihr das hier schon seht, dann war das ja immer in Zukunft. Alles klar, was ist da? Warst du hier? Hast du das gebaut? Ja, äh, nein, hab ich nicht. Okay, wir müssen auch für gut sein, weil hier sind, warte. Ups, das bist du, ne? Ja, das bist du. Es sind, ja okay, es sind nur die anderen zwei. Warte, hier, 0, minus 63. Wo ist es denn? 0, minus 63 hast du gesagt. In die Richtung. Äh, minus 61. 0, 61. Ja, dann ist es, ja, hier ist es. Ich hab's gefunden. Da unten ist der Valentin. Da unten ist der Valentin. No joke. Da ist drauf. Da unten ist der Valentin. Sollen wir drauf? Ja, dann wird drauf. Christian, helfe. Hab ihn, hab ihn. Alles klar. GG. Gehen wir durchs Portal? Ich hab's grad nicht gesehen, Mann. Gehen wir durchs Portal? Christian. Nein, nicht durch, nicht durch. Sag erst, es darf ein. Sag erst, es darf ein. Oh mein Gott. Es ist schon Bogen und alles. Ich hab ein Vierschwert, alles klar. Ich hab's drei Hose, Alter. Einmal, einmal. Ich hör das Geräusch. Christian, pass auf, dass Nico nicht kommt. Ja. Passt du auf, dass Nico nicht kommt. Ja. Was, was kann man denn hier nehmen? Stärke 1 Bogen. Keine Ahnung. Glöcke, Holz, ein Bett. Christian, ich hab ein Schärfe Vierschwert für dich. Set Wengst du hat das Spiel verlassen. Das heißt, er wurde gekickt aufgrund der Zeit. Ja. Der Amboss ist noch heil. Oh nice. Äh, was schmeiß ich weg? Das hier schmeiß ich weg. Warte, Essen noch. Essen noch. Ah, Nico ist wieder ongekommen. Warte. Ich hab ein Spiel betreten. Pass auf. Vielleicht kommt er hier durch. Okay, lass es nicht. Seien wir durch. Seien wir durch. Seien wir durch. Ich weiß nicht. Warte, da ist noch ein Amboss. Da ist noch ein Amboss. Ja, okay. Komm jetzt einfach. Ist egal. Ja, okay. Ist egal. Wir müssen gleich... Schattel haben wir mir das Schwert weggeschmissen. Mein Gutes. Also ich nehm jetzt mein... Warte, das Geräusch ist irgendwie komisch. Der Nico ist da. Ich bin tot. Nein. Scheiße. Nein. Scheiße. Ey nein. Als ob. Als ob jetzt, Alter. Scheiß nein. Als ob. Ach komm. Nein. Fuck, du bist so aggressiv draufgegangen. Du hättest weggehen sollen. Machen. Fuck, was mach ich jetzt? Ja, du hast das von mir. Das ist von Varo. Da. Ciao. Scheiße. Oh Mann. Du bist jetzt fünf hier, ne? Ja. Wer kommt jetzt rein? Jens, ich bin tot. Wir haben die Grundsweintie getötet, aber ich bin auch tot. Fuck, ich muss noch hier den ganzen Stuff fluten. Hier ist noch ne Diabrust. Alles klar. Nein, da war ein Schärfe-Vierschwert und ich schmeiß das einfach weg. Ja, nimm ein Schärfe-Vierschwert einfach. Bücher, Holz. Holz brauch ich jetzt nicht. Kohle, äh. Bin grad überfordert. Ja, ich weiß, ob ich jetzt tot bin. Da ist ne Enderperle, Mann. Leder. Ich bin grad überfordert. Ne Spitzhacke auf Effi. Ne normale Spitzhacke. Zuckerrohr, weiß nicht, ob ich das brauch. Brauch ich das? Ne Diabrust, die brauch ich noch auf jeden Fall. Warte mal. Der gute Stuff kommt hier hin. Der Scheiß-Stuff kommt da rüber. Nehmt ihr immer noch auf, oder was? Ja. Und du bist grad mit der Aufnahme. Gold. Gold brauch ich. Schärfe. Eisen. Eisen brauch ich nicht so viel. Kohle. Lapis. Scheiße, ich hab nicht mehr viel Zeit. Diese Wunde. Stein. Da ist das Schärfe-Vierschwert. Ähm. Haltbarkeit, Schärfe 1. Das schmeiß ich weg. Fäden. Fäden hätte ich für den Bogen gebraucht, aber ich hab schon ein paar Bögen. Gern mal. Dann bin ich jetzt tot, ey. So gut drauf. Schütz 1. Was ist hier noch ne Diapick? Emeralds. Eisen. Lava. Ein paar Wassereimer. Ich weiß nicht, brauche ich die... Die Wassereimer brauchen wir nicht. Schwert, Diapicke. Ich weiß halt noch nicht, was das für Schwerter hier sind. Also, ich geh dann mal, ne? Schau kurz. Ja, warte noch. Schärfe Wünferbrennung 1. Das war dein Schwert. Oh mein Gott. Hätte ich das grad nicht aufgesammelt. Pilz. Wie viel Skruten wirst du gekriegt? In der Minute. In der Minute. Ich meine, die Dirrüstung von mir und die, äh, die Dirrüstung von mir, die Schuhe und von mir für die Rüte und die Pfosten. Das ist nötig, schwarz, gut. Lohnrute. Die brauchen wir noch, ne? Ja. Mann, ich kann hier nicht alles nehmen. Und ich hoffe mal, ich hab alles Wichtige. Emeralds. Ja, Bücher brauch ich, oder? Soll ich Bücher nehmen, oder nicht? Sag schnell. Holz brauche ich. Jahu. Holz. Holz. Mal, mal, als ob ich jetzt tot bin. Ich bin drauf. Ich bin jetzt mal drauf. Ich bin drauf. Ich weiß nicht, ob ich alles hab. Die Cods brauche ich jetzt eh nicht mehr. Anwalt, ich bin drauf. Du bist im Spiel wieder beigetreten, aber das ist leider nicht erlaubt. Ja. Ja, ich nehm. Ich lebe. Das ist nur ein Schuss sichereisenherr. Ich lebe. Ich lebe. Ich bin gegen Zweierteams, das ist traurig. Ich hab so gute Sachen, aber was willst du mir, wenn ich keinen Teammate hab? Ja, keine Ahnung. Oh, scheiße. Ja, danke. Oder wollen wir es so machen wie Palut und GLP, dass du mir immer zuhörst und zuschaust? Keine Ahnung. Aber du siehst das halt nicht. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Oh, Mann. Oh, ich bin... Oh, ich hab eigentlich keinen Gäppel gegessen. Ja, ich schon. Bevor der... Also, als der Nikon-Portal drin stand, hab ich sofort einen Gäppel gegessen. Ach, scheiße. Aber das stimmt nicht, ne? Nein, ich hab's gechanged, als ich Valentin gesehen hab. Oh, Gott. Ach, schack. Ach, okay, gut, ich heul grad schon ein bisschen rum, aber... Also, das war's dann mit der Aufnahme. Das war's mit der Folge. Ja, wir müssen es jetzt leider so hinnehmen, wie es ist. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war jetzt die achte und die achte war eine mit gemischten Gefühlen, leider. Also dann, ciao. Ciao.